Dann können wir auch das Spiel starten. Und dann kann es auch schon losgehen. Sarah wohnt quasi auch hier. Ist aber gerade abwesend, wie in Discord beschrieben. Okay. So, Trivia, als neuer Mod bist du fürs Farbeholen zuständig. Das Spiel hast du doch wieder von meiner List geklaut. Wenn du dich erinnern kannst, du hast es mir erzählt. Und gezeigt. Okay. Ich habe es schon mal angetestet, wie man sieht. Ich soll mich an irgendwas erinnern? Nee, okay, gut, dann erinnere ich dich dran. Gut. Also. Ein Loot. Ein neuer Loot, wuhu. Schönen Donnerstag euch allen. Fischi verkriegt sich jetzt und meldet sich mit den Loots und im Chat. Fischi, vielen lieben Dank. Vielen Dank für den Loot. Wir spielen heute Lost Wins. Es ist beschrieben so ein bisschen als Abenteuer Jump'n'Run. Jedoch habe ich auch gelesen, dass es ein bisschen Rätsel beinhalten soll und nicht immer so typisch Jump'n'Run ist. Wir spielen einen, beziehungsweise ich glaube wir, doch ich glaube, den spielen wir. Wir spielen einen Geist, glaube ich, oder irgendwie sowas in der Art, der Endrill heißt. Und wir werden begleitet von diesen kleinen Männchen da, was da unten sitzt, namens Toku. Und wir müssen gegen das Böse kämpfen mit der Macht des Windes. Es gibt natürlich auch feindliche Kreaturen, gegen die wir kämpfen müssen. Und dann auch eben einen Boss. Ich habe gerade den Namen vergessen. Es sieht unglaublich niedlich aus, finde ich. Die Musik ist unglaublich schön. Ich finde die total entspannt und... Weiß ich nicht, passt sehr gut. Warte mal, habe ich da Geist gehört? Trevian kann jetzt mein Backseat-Gaming-Mobbing-Job übernehmen. Gut, also ich würde auch sagen... Das ist so lustig. Total cool. Wir fangen was Neues an. Ich habe das ganz kurz schon mal ausgetestet. Was muss ich machen? Oh. Bewege den Cursor bei den Bildschirm, um da eine Prise zu erzeugen. Ach, ich steuere doch ihn. Okay. Hallo, Chicky. Wirft ein paar Stacks in den Chat. Also mit den Tasten A, D, rechts und links kannst du den... Kannst du Toku... Okay, das ist Toku. Oh! Oh! Aber es ist ein bisschen... Ruckelig. Kommt mir das nur so vor? Oh. Was? Wuhuuu! Hi. Ich kann nicht hüpfen. Oh, was ist das? Oh, das kommt hier an... Okay. Du hast mich entdeckt. Endlich. Hab keine Angst, kleiner Freund. Ich bin Enril, der Geist des Windes. Sag ich doch Geist. Enril. Wusste ich's doch. Ich dachte schon, du bemerkst mich nie. Hast du nicht mitbekommen, dass ich versucht habe, dich zu wecken? Aber lass gut sein, kleiner Freund. Wir haben nicht viel Zeit und ich muss dir so viel erzählen. Wie gerät ein Geist in eine solche Lage, willst du wissen? Nun, ich will dir sagen, wie das kam. Vor vielen Jahren baten die Alten uns Geister, die Insel zu erschaffen. Mistralis. Ein Geist namens Balazar missbrauchte seine Macht und wollte sich zum Gott über Mistralis machen. Da schufen wir einen Geisterstein. Balazar sollte auf ewig darin eingeschlossen werden, um die Welt vor ihm zu beschützen. Balazar leistete erbitterten Widerstand. Eine Zeit lang sah es so aus, als sei der Stein stark genug, um ihn zu fesseln. Mit letzter Kraft beschwor ich einen wilden Wirbelsturm um Balazar. So konnte man ihn schwächen, bis er im Geisterstein gefangen saß. Doch dabei wurde ich mit ihm in den Geisterstein gezogen. Über die Jahrhunderte wurde Balazar immer furchterregender in seinem Zorn. Ich versuchte, seine Wut zu bezähmen, aber er wurde immer stärker und es gelang ihm, den Stein von innen zu schwächen. Schließlich war Balazar so mächtig, dass er den Stein sprengte. So groß waren die freigesetzten Kräfte, dass es Balazar und die Steinschlitter über ganz Mistralis schleuderte. Während Balazar sich befreien konnte, saß ich leider immer noch in den Steinfragmenten fest. Ich spüre, dass Balazars Macht wächst. Ich fürchte, es dauert nicht mehr lange, bis er sich wieder zeigt. Wenn ich Balazar aufhalten will, habe ich eine Menge zu tun. Im Augenblick bin ich schwach, aber wenn wir zusammenarbeiten, können wir vieles schaffen. So, als erstes müssen wir aus dieser Höhle heraus. Glückwunsch, du besitzt jetzt die Kraft des Windstoßes. Cool! Ziehe eine kurze Gradlinie durch Toco, um ihn in die Luft zu pusten. Das ist ja cool, okay. Ja, ja, Zela, ich merke immer, wenn du etwas Lustiges sagst. Obayo, hi! Tja, da werden die Loka begrüßt, ja. Freut mich, dass du da bist. Also. Oh, wie cool! Oh, ich kann es essen, okay. Was passiert, wenn ich es esse? Haha! Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Das ist ja lustig. Bin begeistert. Hier sind mir zu viele Mods, da traut man sich gar nicht mehr, sich daneben zu benehmen. Kann man sich wahrscheinlich mit heilen, ja? Ja, womöglich. Das stimmt. Uh. Das war... Oh, was ist das? Es hat mich gegessen! Oh! Ach, es hat einen Namen. Es heißt Poyak. Okay. Ich schau am Anfang bei dir noch nicht so genau hin. Okay. Steck Toko in einem Poyak. Versuch mal, ihn per Windstoß in die Luft zu pusten. Oh, lol. Aber warte mal, da hinten war ich ja jetzt noch gar nicht. Ich will da hinten hin. Wajo, ich mach doch auch, was ich will, wenn ich kein Mod bin. Ach, hier ist nichts. Ja, gut, okay. Ja, wer hat das denn wissen können? Die Geräusche sind auf jeden Fall schon mal super. Ah, ich kann zweimal. Praktisch. Uh, nein. Oh, da komm ich noch nicht hin. Ist das... Was genau passiert, wenn ich das esse? Wahrscheinlich sollten wir einen Weg aus dieser Höhle suchen. Okay. Nö, ich brauch das wohl noch nicht essen. Wie komm ich da hoch? Nee, noch höher schaff ich's leider nicht. Sehr großzügig von dir. Oh. 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 Okay. Sieh nur, wer mag das wohl gebaut haben? Es scheint eine Art Schrein zu sein. Sehen wir uns um. Vielleicht entdecken wir etwas. Hier ist eine Inschrift. Da steht... Unsere Schöpfungen gehorchen nur der Stimme des Windes. Okay. Naja, aber das kann ich doch, oder nicht? Kann ich da denn hoch? Nee. Hier ist eine Inschrift. Da steht. Das hab ich schon gelesen. Oh. Skittler! Hallo! Die Soundkulisse ist prima. Finde ich auch. Glückwunsch! Enries Kraft ist gewachsen. Double Gust. Errungenschaft freigeschalten. Was kann ich jetzt? Oh, cool! Yes! Warte, ich will wieder zurück. Da war ja auch was. First Collectible. Oh, das ist voll super. Snoopkiller! Hallo! Okay, nach oben. Noch weiter nach oben. Gut. Na ihr, wie geht's euch so? Mir geht es gut. Wie geht es dir denn, Skittler? Benni reicht immer noch. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich versuch's mir zu merken, ja? Da komm ich nicht lang. Warum komm ich da nicht lang? Die Sounds sind wirklich süß, ja. Außer, dass er so ein bisschen klingt, als hätte er Schluck auf. Wo muss ich denn dann jetzt hin? Was soll ich denn damit machen jetzt? Ich geh einfach außen rum. Sieh mal, das Pflänzchen dort. Das arme Ding sieht sehr verdurstet aus. Mit einem starken Windstoß kann ich sicher Wasser auf die Pflanze gießen. Ach Gott, wie niedlich. Jetzt muss ich auch noch gießen. Oh! Ich hab gegossen! Ich hab doch einen grünen Daumen. Impi! Hallo, Impi! Kekse! Oh, was ist jetzt los? Tschüss, Impi! Wieder besser nach den letzten Tagen. Es war schon echt schlimm. Aber jetzt ist alles wieder gut. Okay, das freut mich zu hören, wenn's wieder gut ist. Häschen! Häschen! Hallo, Häschen! Was ist los? Häschen, was ist los? Der kommt immer näher. Jederzeit gerne, Tiki. Aber berühr mich, wenn's warm ist und ich hack dir Körperteile ab. Was machen die ganzen fremden Leute hier bei der Mod-Versammlung? Okay, gut. Jetzt hab ich da gegossen. Jetzt kann ich doch... Was ist das denn jetzt für eine komische Musik? Ich hab's rausgefunden! Ich war ganz alleine! Oh Gott! Ich dreh durch. Unfassbar. Diese kleinen Dinger, die da rauskommen, sind voll süß. Oh, wer ist das? Was für ein schöner Tag. Perfekt für ein bisschen Gartenarbeit. Okay. Inwiefern Gartenarbeit. Okay. Oh, da ist noch jemand. Ich wollte gerade zu den Trocken fällen, aber die Brücke scheint eingestürzt zu sein. Tja, das heißt es... Dann heißt es wohl umkehren. Zum Springen ist das viel zu weit. Glaubst du? Ui, das war ja toll. Wie hast du denn das gemacht? Naja. Ich bin halt gesprungen. Warum tötest du das süße kleine Ding, weil es mich töten wollte? Nein, Fischauge. Ich hab geschrieben. Ich hab's rausgefunden. Ich hab Gras gefunden. Warte mal. Hier komm ich doch her. Oh, Sarah. Hallo, Sarah. Kann ich nicht kaputt machen. Okay. Oh, da kann ich drauf laufen. Sagt mir das doch jemand. Da kann ich auch noch nicht lang, okay? Uh. Oh nein. Na gut. Okay. Hallo, Zaubermaus. Und hallo, Sarah. Schön, dass du's jetzt geschafft hast. Hab wohl zu viel Wasser drin als Fisch. Ha. Fischauge. Ohren waschen. Oh nein. Ich hab nicht hingeguckt. Fail. Was? Lol. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Warte Sekunde. Oh oh. Lol. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Hab mir jetzt nicht so ganz verstanden. Naja. Egal. Ist ja nicht so weit. Okay. Ich war unnormal, dass man als Fisch was in den Ohren hat. Aber bei mir ist das ein Spezialfall. Der sagt wieder das mit der Gartenarbeit. Da hinten brauchen wir ja jetzt nicht mehr hingehen. Wir wissen ja jetzt, dass wir nichts mehr machen können. Oh, da ist ein Haus. Kann ich da hinter? Nein. Schade. Hallo. Hallo, Tuku, mein Junge. Was für ein prächtiger Tag heute. Ich glaube, Deo sucht dich. Er macht sich große Sorgen. Er heißt Deo. Okay. Das ist voll süß, wie er so rumfliegt. Oh. Ich glaube, ich habe was gefunden. Hey, das habe ich doch vorhin schon gefunden. Melodia-Statuen erfassen deinen Fortschritt, wenn du vorbeikommst. Ah. Ja, das stimmt. Da war ich aber vorher bei einer und er hat das nicht gespeichert. Gut, also Speicherpunkt sind diese fetten Raupen. Ist das Deo? Cool. Der Bart ist geil. Hat der den hinten und vorne wieder rum? Cool. Komm mal hierher, mein Wurzelchen. Also, weißt du, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Nennt er mich Wurzelchen? Apropos Deo und Zombie-Kotze, es wird Zeit. Wo hast du denn bloß gesteckt? Als ich deiner Mutter Magdi versprach, auf dich aufzupassen, hatte ich keine Ahnung, wie anstrengend sowas ist. Ehrlich. Na, nicht so wichtig. Du kommst gerade rechtzeitig, um etwas für mich zu besorgen. Was? Schau nicht so, Toku. Pflichten sind wichtig, denn dabei lernst du, Ordnung zu halten und Verantwortung zu tragen. Deo? Du? Meine Güte, ich dachte schon, ich sehe dich nie wieder. Ich brauche deine Hilfe, Deo. Wir müssen mit anderen Geistern reden. Ich befürchte, Balazar kommt wieder zu Kräften. Deo? Hörst du denn nicht? Also, Toku, kann ich mich darauf verlassen, dass du ins Dorf gehst und mir ein paar Kräuter für den Garten besorgst? Aber sieh dich vor, unterwegs. In letzter Zeit ist so einiges los gewesen. Ich ist doch etwas faul, Toku. Wieso hört Deo mich denn nicht? Wir sollten ins Dorf gehen. Vielleicht kann uns dort jemand helfen. Okay, er hört uns nicht. Ich verstehe. Oh, ich kann's drehen. So ein Stinkezeug kommt mir nicht an meine Schleimdrüsen, Chiki. Ist dein Schabbat, ne? Schon, ja. Moin, Selassion und alle, die ich leiden kann. Hallo, Kokimata! Wow, was war das denn? Was für ein Durcheinander. Wenn das nicht aufhört, stürzt noch das ganze Dorf ein. Oh. Kann ich die jetzt essen? Ja. Wieso habe ich den Typen übersehen? Welchen Typen? Der Name Deo ist geil. Das stimmt wohl, ja. Der ist lustig. Oh, ein Speicherpunkt. Doch, kein Speicherpunkt. Hallo! Alles kaputt, mein schöner Kräuterladen. Seit diese selbstsamen Kreaturen hier aufgetaucht sind, werden die Beben immer schlimmer. Würde mich nicht wundern, wenn Nottea beim Herumstöbern irgendetwas aufgeschreckt hätte. Wer ist weil wer? Es ist Nottea. Hi! Ich hätte gern irgendwo noch die Namen von den Leuten. Okay, ich bin dann doch jetzt schon raus, weil wegen nichts selber spoilern. Zombie, alles klar, gar kein Problem. Vielen Dank und ich wünsche dir dann auch ganz, ganz viel Spaß. Ich finde das Spiel total süß. Und ich stelle gleich den Grill auf. Halt, jetzt habe ich es nicht gelesen. Wie bist du denn da hochgekommen? Kannst du fliegen oder was? Klar! Da komme ich nie lang. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass es keinen rückwärts und so gibt. Warte mal, ich will da hoch. Äh, keinen seitwärts gibt man nicht. Oh, halt. Yay! Oh, wie schaut der denn aus? Hallo! Zeig, grüß junger Wanderer. Was bringt dich denn den ganzen Weg hier herauf? Nein, warte, wo habe ich bloß meine Manieren? Du musst mich für sehr unhöflich halten. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Nottea, der große Erforscher von Mistralis. Ich habe diese Insellänge mal breite, mal quere bereist. Von der wispernden Wüste bis zum vergessenen Dschungel. Keine Höhle zu hohl. Kein Fluss zu flüssig. Kein Berg zu... Der Mann kommt ja viel herum, nicht wahr? Monster zu monströs. Verzeihung, sagtest du etwas? Du kannst mich hören? Aber sicher kann ich dich hören. Augenblick mal, du bist ja ein... Ein Geist? Meine Güte, das ist beachtlich. Ein echter Geist. Ist mir eine Ehre, dich begrüßen zu dürfen. Ich bin Enril, der Windgeist. Und das hier ist Toku. Sagtest du Enril? Das ist ja sehr interessant. Dieser Teil von Mistralis ist übersät mit Inschriften über einen verschollenen Geist namens Enril. Wirklich? Und was sagen sie? Nach dem, was ich entziffern konnte, zuerst ist dieser Windgeist, ich meine natürlich du... Also du bist verschwunden. Dann erbaute ein Volk, das man unter dem Namen Melodia kennt, viele Artefakte, die den Windgeist herbeirufen sollen. Sie glauben, diese Artefakte würden ihr helfen, ihr in dem Moment ihrer Kraft zurück... Was? Ihr in dem Moment ihre Kraft zurückgeben, wo sie sie am meisten bräuchte. Die Melodia sind inzwischen auch verschwunden. So weiß heute keiner mehr, wie die Artefakte funktionieren. Toku und ich sind da an einer Art Schrein vorbeigeweht. Werden in den Inschriften noch welche erwähnt? Oh ja! Einen weiteren in dieser Gegend gibt es auf jeden Fall. Von einem zweiten habe ich gelesen, ihn aber nie gefunden. Den einen Schrein hast du selbst gesehen? Aber ja doch, sonst wäre ich wohl kaum der große Erforscher von Mistralis, wie? Keine Treppe zu stufig. Keine Höhle zu... äh, muffig. Tut mir leid, ich schweife schon wieder ab. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, wenn ich mich recht entsinne, dann liegt der Schrein, der dem schlängelnden Wind geweiht, ist westlich der Trockenfälle. Hier nimm diese Karte als Hilfsmittel auf deine Reisen. Sie hat mir in der Vergangenheit stets gute Dienste geleistet. Westlich sagst du? Das muss bei der Stelle sein, wo du geschlafen hast, Toku. Tja, Toku, wir sollten wohl mal weiter flattern. Notea, ich danke dir. Du hast mir sehr geholfen. War mir ein Vergnügen, wenn ich sonst noch etwas tun kann. Komm gerne wieder. Drücke das Pause-Symbol oder Escape, um die Karte zu öffnen. Oh, Karte. Auf der Karte siehst du Gegenden der Welt, die du erforscht hast. Mit einem Fragezeichen-Symbol gekennzeichnet Gegenden solltest du noch besuchen. Markierst du einen Ort auf der Karte, erscheint sein Name in der unteren Ecke. Drücke Play oder Escape, um die Karte wieder zu schließen. Ah, okay. Das hier ist also Erklärung. Hm. Oh, ich bin jetzt hier hingekommen. Hi. Das sieht aus wie der Eingang zum alten Dorf. Ich glaube, hier unten ist seit Jahren keiner mehr gewesen. Ja, das ist wahrscheinlich möglich. Na komm. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Ach ja, ich kann da ja nicht durch. Hm, wie komme ich denn jetzt da wieder hoch? Und so. Und so. Und wieder außenrum. Nein, halt. Na komm. So. Dann mal ab zu diesen komischen Trockenfällen. Oh, ein Loot. Loot, Loot. Es weht ein Beutezug durch den Stream und weht hoffentlich das Zebra nicht weg. Toshi, vielen lieben Dank für den Loot. Dankeschön. Kannst du den Stein gegen die Wurzeln schleudern? Einen Stein gegen... Oh. Oh. Du meinst den da drüben? Ich glaube nicht. Können wir aber gleich mal ausprobieren. Wir müssen auf die andere Seite. Ja, eh wahrscheinlich durch so eine Wurzel durch. Das bedeutet, wir sehen, ob wir das können. Okay. Oh, er ist weg. Ach nee, jetzt steht er hier. Äh, es juckt. Okay. Hm. Ich habe gehört, dass der Kräuterladen eingestürzt ist. Tja. Ich habe nichts weiter zu tun für dich. Ich denke, du kannst jetzt spielen gehen. Aber sei schon vorsichtig um sie zu, dass du nicht in Schwierigkeiten gerätst. Na gut. Okay. Ähm. So, warte. Wenn ich jetzt hier drauf drücke... Ah ja. Und ich muss nach oben. Was ist das hier? Die Musik ist voll cool. Oh, warte mal. Hier war ich schon. Muss da noch unten. Bin dann mal weg einkaufen, Skidler. Dann viel Spaß beim Einkaufen. Mach's gut. Komm in zwei Stunden wieder. Streamst du da noch? Zwei Stunden? Ja, ich denke schon. In zwei Stunden dürfte ich noch da sein. Ah. Hallo. Oh, hallo, Toku. Bist du auch auf dem Weg zu den Fällen? Ich wollte durch die Höhle abkürzen, aber der Weg ist wieder überwuchert. Ich schätze, wir müssen die Straße oben nehmen. Na gut. Halt, stopp. Scheinbar komme ich nicht so weit nach oben. Okay. Also unendlich kann ich also nicht... Die sind süß. Ich mag die. Heute kann ich mal den ganzen Stream schauen, weil ich morgen frei habe. Oh, es ist schön, Fischi. Oh, Moon! Hallo, Moon! Hi, lang nicht gesehen. Hi. Wie geht's dir? Ein japanisches Spiel? Ähm. Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, es ist nicht japanisch. Was tut das? Was kann das? Was? Achtung, mein Lied kommt angeflogen. An irgendwas erinnert mich das Spiel. Hallo Sarah und vielen lieben Dank. Beziehungsweise nochmal hallo Sarah. Schön, dass du jetzt da bist und vielen lieben Dank für den Loot. Hey, Moon! Mir geht es bestens und dir, liebe Anja. Mir geht es auch sehr gut. Vielen Dank, dass du fragst. So. Dann schauen wir doch mal. Oh, ein Haus. Junkie! Vielen lieben Dank für den Haus. Dankeschön. Wie mache ich denn das, dass ich den Stein da drauf kriege? Oh, das war zu viel. Oh, das war auch zu viel. Oh! Nein, nicht runterfallen. Was ist das? Nein! Bleib doch da! Das ist schwer, hey. Bleib da oben. Ja, okay. Junkie, vielen lieben Dank für den Host. Willkommen an alle Junkmans, die hier gerade zu mir rüber wandern. Und natürlich auch Willkommen Junkie. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Schon gesehen, ihr habt ja Horizon gespielt. Ich finde das Spiel schaut so gut aus. Oh what? Geh! Stirb! Ja, flieg weg! Okay. Okay. Ach, die ist schon wieder. Oh what? Oh what? Die sind so lustig. Wie, wie macht man die kaputt? Ah, so. Okay. Das Spiel sieht super süß aus. Mega. Ihr? Ich alleine. Wie du alleine. Mein Kollege war nur zu Mario Kart 8 anwesend. Ne, ich meinte aber deine Community und du. Grizzly, hi. Schön, dass du da bist. Das Spiel sieht super süß aus. Oh Sven! Hi Sven! Na, wie geht es dir? Wo muss ich denn hin? Ich glaube... Darüber, oder? Ziehen. Oh. Was ist passiert? Ach, das da hinten ist jetzt wo zugegangen. Oh. Ih, geh weg! Okay. 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 Gib mir das da. Danke. Oh, ein Follow. Grizzly, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Willkommen bei uns. Ich hoffe, es geht dir gut. Zebraherde. Hallo. Geladria. Hi. Und hi Lange. Schön, dass ihr da seid. Dann sag das doch. Okay, Junkie. Ich hoffe, du und deine Community haben schön Horizon gespielt. Heute wieder gut. Den Rest muss ich dir mal unter vier Ohren erzählen. Okay, Sven. Gerne. Klar. Auch wenn ich lange nicht mehr da war. Das Leben ist kein Problem. Was? Das ist zu lösen, sondern eine Wirklichkeit, die ist zu... Habe ich gerade Sekunde. Die ist zu erfahren, Gil. No, der Spruch ist schön. Vielen lieben Dank, Cookie, für den... Äh, für den... Für den Loot. Dankeschön. Bär. Was ist Bär? Grizzly Bär? Soll ich dich ab jetzt Grizzly Bär nennen? Ich bin mir gerade noch nicht so sicher, wo ich hin muss. Äh. Wo muss ich denn hin? Nein. Nein. Hä, was, wie? Da kann ich nichts mehr machen. Und hier komme ich nirgendwo hin. Ähm, da muss ich hin. Hm, und hier habe ich ja auch nichts mehr, was ich tun muss. Muss ich den vielleicht hier hochkriegen, um das da wieder zuzumachen, den Stein? Nein. Oh. Na, so nicht. Kein Problem, Buddha war schon so ein Poet. Na, ich hoffe, es geht dir gut. Der Sound von der Blume ist geil. Trebian, sorry für die Frage, woher kennen wir uns? Bist du schon immer bei Anja, Mod? Oh. Hm. Mach ich den jetzt mit dir, Kugel? Nix scheinbar. Ich fasse schon Mod hier, bevor Celation bei Twitch Celation. Ja, von Geburt an. Schon bevor ich geboren wurde, ja. Nein, nein. What? Aha. Ich muss die Kugel wohl mitnehmen. Okay, verstehe. Geil Oma, Trivian. Vorher hieß sie Zebrahauften. Ah, genau. Zebrahauften. Oh, da komm ich wohl nicht hoch. Probier's nochmal. Ne, da komm ich irgendwie nicht hoch. Wieso komm ich da nicht hoch? Ich brauch die Kugel aber. Ah, fast. Ja, nein. Ich hätte auch die nehmen können, die ich hält. Ah, ich Idiot. Wieso sagt denn das keiner? Ah, ha, ha. Nein. Nein. Danke. Der Steinzähler. Der Stein. Tremian war schon noch hier, bevor es Twitch gab. Oh je, gerade habe ich den Kumpel daran, dass wir ja verabredet waren. Hätte ich fast vergessen. So, ich muss dann schon wieder los. Vario hat mich gefreut, dass du da warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Genieß ihn. Ja, gib Gas, Vario. Wahrscheinlich noch, bevor die Dinos auf Wiedersehen gesagt haben. Wahrscheinlich. Warum nimmst du nicht einfach den Stein vom Schalter rechts? Toshi! Hast du nur noch nicht gelesen. Suche Feingefühl. Suche beendet. Keine Treffer. Oh, Tiki. Zähler der alte Schalterstein. Der Stein sieht aus wie ein Volleyball mit den unterschiedlichen Schichten. Heute siehst du schon wieder besser aus, Anja. Letztens einfach nur fertig. Oh, okay. Ne, es war halt das Licht anders. Dadurch, dass die Softboxen so hell sind. Ich habe aber ein bisschen an der Farbe geschraubt. Ich sollte nicht mehr ganz so nach Marshmallow aussehen. Aussehen. Übrigens der Stein vom Schalter, ne? Du bist ein Arsch. Glückwunsch! Du besitzt jetzt die Kraft des Soges. Slipstream. Errungenschaft freigeschalten. Halte gedrückt und zeichne eine sanfte Kurve, um einen Sog zu erzeugen. Okay. Okay. Cool! Oh, was war jetzt? Was war das? Was kann ich hier mit tun? Oh, und kaputt. Okay. Brauche ich die wohl? Ich glaube, ich brauche die. Weil Zähler Herausforderungen mag. Genau! Danke, Sarah. Jep, das bin ich. Oh, Sven. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so. Und was bringt mir das jetzt? Damit komme ich ja trotzdem nirgends hoch. Ich hätte auch... Ich hätte auch... Ach... Wie, 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 wie? Vielleicht... Ah, okay, warte. Krieg hin. Yes! Alter, bist du des Wahnsinns, da jetzt runterzufallen. Wie soll ich das denn jetzt... Ah, okay. 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 Gut. Einen geilen Schalter? Was? Oh, gerade noch so geschafft. Oh, ist jetzt passiert. Oh, okay. Okay. Ach, sch... Einen geilen... Ach, sch... Nein, geh weg. Lass mich in Ruhe. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Okay. Dann gehen wir da noch mal weiter. Okay. Ah, muss ich das? Ah, okay. Könnte auch der Legende von Aang ähneln. Da hast du recht, ja. Das stimmt. Immerhin kann er fliegen. Jep. Da hast du recht, ja. Aus Mantinpflanzen lassen sich mit Feuer Samen gewinnen. Warum ist da kein Feuer? Ach, weil da oben Feuer ist. Wie er läuft, das ist so süß. Hipplopp. Okay. Okay. Oh. Black Screen! F5. Ist ja nicht jeder, den... was? Kannst du uns denn überhaupt sehen? Ist ja nicht jeder, dem Sündefall zum Opfer gefallen? Na ja, Sündefall. Nee, es steht immer noch, die Übertragung wurde beendet. Hä? Echt jetzt? Komisch. Okay. Ähm, ja. Hier, mach Feuer. Wie ist das da? Kein Feuer? Okay, das geht nicht. Oh, was ist jetzt passiert? Puste Toko oder Objekte per Windstoß auf Pelze, um sie davon abprallen zu lassen. Oh! Die... Was krieg ich denn das da? Oben hin. Okay. Oh. 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 Nein. Hallo? Bleib doch mal da. Hä, wieso? Ja, jetzt. Muss ein bisschen schneller sein. Ah, da geht's weiter. Okay. Weiter will ich aber noch nicht. Ähm. Ich mag meine Bambusleitung. Apfel. Sindefall. Äppelanspielung. Wer? Was? Wo? Hä? Achso. Bis auf den Monster-Delay seit gestern. Welchen Delay? Ein ehrenvolles Mod-Opfer wurde... ...wurde für den Löwen erbracht. Schnief, Trevian, heul. Okay, ähm. Bin mir nicht so sicher, ob ich vielleicht... ...atmöglich nicht. Ah, man. Ah, lass apple nicht mehr. Oh, das ist toll. Oh. Oh, man. Oh, das ist toll. Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Wie komme ich denn dahinter? Ich habe bei allen Streams ein paar Sekunden standen, will bis der Stream endlich startet. Muss wohl an Tüte liegen. Okay. Vertriebe ja in einen Siegestanz aufs Parkett legen. Achso. Äh, wie, wie... Ja, mit dem Stein hätte ich jetzt auch gedacht, aber... Ich bin mir nicht genau sicher, wie... Ja, nicht mich. Hier nach oben. Nein. Nein. Boing. Der springt immer nur in die Höhe, also nach oben. Ich bin ein bisschen überfragt. Na ja, gut. Ich habe mich schnell durch den Verdauungstakt gewühlt und habe mich etwas angesäuert aus dem Löwenpo gewurschtelt. Sekunde. So. Etwas angesäuert. Wer mag mich zur Begrüßung umarm? Angesäuert, als du, dass du könntest bei AfD-Landtag aufdrücken und aussehen braun von oben bis unten? So genau möchte ich das nicht. Wissen, ich glaube, dir auch so, Trebi. Trebi hat stürmisch im Arm, unser Held. Okay, also irgendwie... Aber hier war ich ja schon. Ach, da gibt es überall was zum Einsammeln. Hier unten war ich noch nicht. Hm. Okay. Ach doch, da unten war ich schon. Aber ich konnte es ja leider nicht holen. Bist du denn jetzt? Der Weg ist gesperrt, bis die Brücke repariert werden kann. Ich hoffe, sie wird rasch wieder heil gemacht, damit wir ins Dorf zurück können. Komm, Toki, wir suchen einen anderen Weg. Okay. Impi! Wieder so da oder auch nicht. Noch? Was ist los, Impi? Ich hoffe, es geht dir gut. Äh. Äh. Äh, kann ich da noch? Okay. Okay, hallo? Okay. Okay. Sarah, Sarah, Sarah. Oh. Nehme ich doch. Oh, what? Okay. Okay. Irgendwie müffelt es hier nach Löwenentern. Danke dafür, Twitch, dass die App nicht geht. Und jetzt, da steht, die Übertragung wurde beendet. Okay. Okay. Die sind so süß. Unfassbar. Wie viele sind das denn? Wo bin ich hier? Hallo? Okay. 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 Ich rieche nicht zu. Kann nicht von mir kommen? Deine Frau hat mich gerade abgeschrubbt. Ja, okay. Trimian. Moment. Na ja, warte mal, ich will ja zu dem Typen. Kann ich denn jetzt das auch da machen? Hm. Ja, aber da komme ich noch nie hin. Das ist ja auf der anderen Seite. Okay. Gut. Ah, warte mal, ich muss in die Richtung. So. Okay, dann da. Und da. Und dann quatschen wir mit dem eigentlich nicht, aber okay, dann quatschen wir mit dem. Oh, impi. Ist ja alles okay oder doch nicht? Oh, impi. Dota Fischi bleibt erstmal im Chat präsent, da Twitch mich heute sehr mag. Ihm, dazu darf ich mich nicht äußern, sagt meine Mami-Helmchen. Oh, Pflanze. Oh, sammeln. Okay. Der Trimian segelt hier nicht auf meine Frau. Ist mir erstmal alles abgefackelt. verwirrt zwischen Helmchen und Treviander und Herrscher, ich habe einen Knall. Rotes Gummiboot. Diesem Gummiboot fahre ich hinaus. Oh, was ist da unten? Ihr seid verstört manchmal, wisst ihr das? Oh, wie cool. Hm, wo muss ich hin? Ah, hier bin ich ja schon richtig. Oh, ich kann hier runter. Okay, ich hätte schon gedacht, ich bin jetzt tot. Halt, Sekunde, aber da muss ich ja gar nicht hin. Halt. Hm, okay. Speicherstein schaut gut aus. Ah, okay. Da bist du ja. Das ist wirklich aufregend. Ich glaube, ich habe etwas Neues entdeckt. Sieh mal, das ist ein ganz besonderes Symbol an der Tür. Aber ich weiß nicht, wie sie aufgeht. Da steht auch eine Inschrift. Sie lautet, Wenn Heldes Licht von oben scheint, zeigt sich der Pfad vor dir. Was kann das bedeuten? Das vielleicht... Aber natürlich. Wie schlau. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Vielleicht ist der Hut ein bisschen zu eng. Vielleicht. Also meine Frau steht jetzt hier neben mir und will den Typen sehen, der sie als knallrotes Gummiboot bezeichnet hat. Mit dem Arsch auf dem Boden rumrutscht. Ach du meine Güte, jetzt geht's aber los hier. Hier. Hihi. Oh. Oh. Oh wait. Da war was für mich. Äh, mit dem Sog kannst du schwere Objekte aufheben und bewegen. Haha. Ich ätz mich doch mal ab. Das habe ich nie so gesagt, Häppchen. Sieh doch nur, es ist ja unglaublich hier. Meine Güte, ist das Deo? Erstaunlich, ganz erstaunlich. Hier steht dieser Ort, heiße die Kammer der Erinnerung. Warum versteckt jemand einen Ort wie diesen tief unter der Erde? Welche Erinnerungen das auch sein, welche Erinnerungen das auch sein mag? Sie muss wohl sehr wichtig sein. Sehen wir uns um, Togo. Vielleicht finden wir heraus, was das hier ist. Kiste! Also, ich frage mich, was an der Truhe ist. Wer würde das nicht? Was soll ich jetzt tun? Ah. First Memory Chest. Errungstatt freigeschalten. Juhu, Tutsch geht wieder. Schön. Wie seltsam. Ich erinnere mich. Plötzlich hier gibt alles wieder einen Sinn. Sekunde. Sekunde, Sekunde. Das ist gut. Okay, Entschuldigung. Musst du kurz. Wichtig. Und so. Ausgutzei ein knallrotes Guni. Oh. Da meldet sich Chili. Ähm, wie seltsam. Ich erinnere mich. Plötzlich hier gibt alles wieder einen Sinn. Gehen wir zu dir. Vielleicht kann er erklären, was das alles zu bedeuten hat. Gibt es hier noch irgendwas? Ah ja, natürlich. Oh. 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 Oh, wie lustig. Okay, warum schreien alle nach Chili? Ich bin doch ein unbekannter und stiller Puma in der dunklen Ecke. Tja, so unbekannt bist du leider nicht, Chili. Okay. Okay, wo war nochmal gleich Dio jetzt gestanden? Hm. 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 Süß. Wie komme ich jetzt da wieder hoch? So. Okay. Gut. Wie geht's? Dödel-mie, dödel-mie, geht's gut. Dem fehlt nichts. Hallo? Wieso komme ich da nicht durch? Da kam ich doch her, oder nicht? Nö. Scheinbar nicht. Aber ich sehe hier auch nichts, was irgendwie Feuer macht oder so. Da. Doch, da. Hat das funktioniert? Hat funktioniert. Okay. Ah, komm schon. Schaffe ich das heute noch? Ah, okay. Und wie komme ich jetzt da hoch? Gar nicht. Okay. Nee, hier rum komme ich nicht. Da hoch. Okay. Wie? Kann ich... Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, warte mal. Da ging's ja nicht lang, ne? Aber ich kann nicht da unten rum. Kann ich gehen. Das ist süß. Anja, du musst den Text ändern. Den Text von was? Die netten Twitcher-Mitarbeiter haben die Server nach ein paar Schlägen von mir wieder zum Laufen gebracht. Hat er einen Fahrradunfall von Korux in den Counter gehauen? Nein, bis jetzt noch nicht. Der Bärtige sitzt gar nicht mehr neben dir. Der ist drei Räume weiter. Ja, richtig, Sven. Richtig. Da hast du vollkommen recht. Der sitzt jetzt in die Richtung. So. Deo, ich komme. Hallo, die Dame. Ach, den Text... Ja, den Text muss ich ändern. Okay. Mach ich. Schreibt mir das bitte einer auf meine To-Do-Liste. Deo, hörst du mich? Oh, Tuk, es klappt nicht. Wir müssen nochmal... Enril, du lebst. Den Alten sei Dank. Wir haben Schlimmes befürchtet bei Balazars Ausbruch. Jetzt kannst du mich hören. Wie schön. Sag, alter Freund, was ist mit Mistralis geschehen? Wo sind die anderen Geister? Du kehrst in schweren Zeiten zurück, Enril. Lass dir erklären. Als der Geister-Stein zerbarst, erkannten wir anderen Geister, die große Bedrohung durch Balazars neue Macht. Wir hatten keine andere Wahl, als uns im Volk von Mistralis zu verstecken. Ich versteckte meinen Geist an einem Ort, von dem ich hoffte, dass ihn keiner findet außer mir. Und zur Sicherheit habe ich meine Erinnerung daran in vier geweihten Truhen versiegelt. Du hast die erste Truhe gefunden und deshalb weiß ich jetzt wieder, wer ich bin. Aber wir brauchen die restlichen drei, denn sonst bin ich nicht stark genug, um dir zu helfen, Enril. Wirst du mich zu den Truhen führen? Ach, liebe Freundin, da muss ich leider passen. Eine der Truhen ist im alten Bergwerk versteckt, dessen Eingang in einer Höhle im Westen liegt. Ich würde euch hier selbst hinbringen, aber meine alten Knochen sind zu morsch für solche Klettertouren. Tuku, weißt du noch, wo du mich gefunden hast? Dort gab es einen Zugang zum Bergwerk. Ich kann mich noch nicht erinnern, wo die restlichen zwei Truhen sind, aber vielleicht schon bald. Tuku, du hast anscheinend das Abenteuer Herz deiner Mutter geerbt. Sicher ist sie stolz auf das, was du schon für die Geister getan hast, aber es gibt noch mehr zu tun. Enril, ich denke, du bist in guten Händen. Tuku wird dir helfen. Er bringt dich sicher zu den Truhen. Ihr müsst euch beeilen, denn wenn ihr in der Lage wart, mich zu finden, wird es auch Balazar bald gelingen. Viel Glück euch beiden. Kommt wieder, sobald ihr die ersten Truhen entdeckt habt. Jetzt müssen wir Truhen finden. Und ich trinke schnell was. Bambi lebt. Zum Glück geht es dem Reh gut. Trebian, pass auf. Nicht stolpern. Ja, echt mal. Und ich habe noch nicht mal Flossen an den Füßen. So, Sekunde einmal Flasche aufmachen. Also. Geh wieder zu, was ist da los? Hallo? So. In die Höhle, wo wir den Geist gefunden haben. Was ist das hier eigentlich? Ich habe immer noch nie verstanden. Na komm, geh weg. War das dieselbe wie hier? Nee. Hier, komm ich da nicht hoch. Oh, ein Haus. Ah. Trinian, vielen lieben Dank für den Haus. Dankeschön. Warte mal. Was war das für ein Getränkzielleiche? Ich darf... Nein, das war Wasser. Einfach nur Wasser. Süßzeug auf den Tisch stellen. Wer will? Ich. Ich. Nee, das kann ich nicht kaputt machen mit Feuer. Sekunde. Äh. Ja, ich muss da runter. Sind da saure Schniere drin? Ich hätte lieber Chips. Oh, Chips wäre auch cool. Okay. Ich höre Geräusche. Seltsame Geräusche. Schade. Also brauchen wir ein... Etwas schweres da. Oh, was ist das denn? Nein, nicht so weit unten. Okay. Okay. Verdient euch. Oder Erdnussflips. Eis verteilt für alle. Oui, fine. Dann nehme ich mir einen. Von Chips wird man fett, Anja. Also natürlich nicht. Ich nicht. Ich bin ja schon fett. Stört mich nicht, dass Chips fett machen, Sven. Schnur für gleich beiseite legt und Eis nehmen. Ist das gesund, Zähler, wenn du Geräusche hören kannst? Ich kann Farben schmecken. Jeder hat so seine Talente. Bier aus dem Kühlschrank nehmen und auf Ex trinken. Prost, Geladria! Mein Talent als Fisch ist, dass ich in den Ohren Wasser haben kann. Oh, wie komme ich dahinter? Wie cool das ist. Was lerne ich jetzt? Glückwunsch, du besitzt jetzt die Kraft des Wirbels. Cool. Cool. Halte gedrückt und zeichne einen Kreis. Lasse die Taste dann los, um einen Wirbel zu erzeugen. Setze den Wirbel in der Nähe von Objekten in der Luft ein, um sie schweben zu lassen. Einen Windstoß zu versetzen, während sie schweben. – Um, ich weiß nicht. – Um, ich weiß nicht. – jumping auf, die Taste thành sind sehr un случае. – Um… Das ist kein Zeig. Wie geht das jetzt? Hallo? Hm. Wie geht denn das jetzt? Okay, Sekunde. Wirbel. Äh, halte gedrückt und zeichne einen Kreis. Lasse die Taste dann los, um einen Wirbel zu erzeugen. Das ist doch niemals... Was? Müde, impi oder traurig? Du bist ein Wirbelwind. Es gibt doch kein Wasser mit rotem Etikett. Das ist Wodka. Niemals. Die der Texte, die du liest, gehören zum Spiel. Ja, das ist mir schon bewusst, aber ich hab das doch gerade versucht. Funktioniert? Doch, funktioniert. Naja, mehr oder weniger. Ich bin ein bisschen überfragt. Was soll ich denn hier mitmachen? Und wie komme ich da rein? Hm. Also ich meine, hochheben ja, aber das mit dem Wirbelstoß habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ist das ein Melody? Ja, genau. Ist das ein Melodienfurzender Bienenstock? Ich frage mich aber, ich soll einen Kreis machen und dann loslassen. Ja, aber das ist doch... Das passiert ja auch, wenn ich das mache. Muss ich irgendwas noch drücken, oder? Ja. Deo sagte, in Erinnerungström befinden sich im alten Bergwerk. Ein Eingang zum Bergwerk ist ganz in der Nähe der Stelle, wo du mich gefunden hast. Ja, da bin ich doch. Und was bringt mir das jetzt? Nee, ich kann mich nicht in den Wirbelsturm packen. Bin zu schwer scheinbar. Ich werde diese Gedanken vertiefen, wenn ich das nächste Mal ein Honigbrot esse. Bleib lieber beim alten Gedanken, Honig klebt. Huch, was hat er denn gemacht? Was muss ich tun? Huch. Huch. Huch, was war das? graveyard, das ist nicht alles. Ah, was ist auch für ein Busch, was war das? Oh, das war das, was war das? Geh die Tür, wenn du dich sagen wirst. Ich hatte die Tür. Es gibt nichts mehr. Ich bin überfragt, was muss ich denn tun? Halte gedrückt und zeichne einen Kreis. Lasse die Taste dann los, um einen Wirbel zu erzeugen. Setze den Wirbel in der Nähe von Objekten in der Luft ein, um sie schweben zu lassen. Versuche ihn in einen Wirbelschluss zu versetzen, während sie schweben. Aber wie komme ich denn jetzt wieder zurück, wenn ich hier nicht weiterkomme? Keinen blassen Schimmer. Wie komme ich da wieder hoch? Oh Mann! Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Da komme ich ja nicht hin. Hm. Ja, da klokken können. Was soll ich mit diesen Melodie-Dingen anfangen? Was hat diese Kristallwand zu tun? Warum ist da hinten ein Tor und wie kriege ich das auf? Und was mache ich damit? Weil ich finde, Misch. Eien. Und... Vielleicht die Bienen kommen gegen den Kristall im Tor, furzen? Naja. Ich habe eigentlich schon versucht, aber ich kann es auch nochmal versuchen. Ich habe vielleicht überlegt, dass der da rausgeht, aber leider auch nicht. Oder dass der Kristall irgendwie kaputt geht durch irgendwas. Hm. Kreiselt den Bienenkopf mehr vor dem Kristall? Naja, so lange kann man den nicht kreiseln lassen. Das ist ja das, was ich... Da bringt nichts. Der fällt ja wieder runter dann. Ich möchte irgendwas, was Luft macht, was halt irgendwie da ständig Ton rausbringt. Was kann das da? Hochwerfen, wirbeln, auf den Kristallschleudern. Wirbeln und gleichzeitig auf den... Du meinst auf den? Die... Du meinst hier drin?? Bis mal kurz. Das ist wieder da. Dann herumlaufen. Das Problem ist, egal wie lange ich das mache, der wirbelt nicht so lange. Seht ihr? Ne, der wird auch durch mich in Schwingungen versetzt, durch Wind. Ich verstehe nicht, was mir dieses Wirbeln bringt irgendwie. Muss ich sagen, keine Ahnung, verstehe ich nicht ganz. Hm. Im TNT. Ne. Genau. Ne, irgendwie echt grad ein bisschen überfragt. Ne. 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 Irgendwas mache ich doch mit dem Wirbel falsch, oder? Bei uns spielt jemand Klarinett im Haus und ich habe gerade kurz den Ton ausgemacht und mich gewundert, warum die Musik nicht dafür hört. Ich bin also gerade wirklich, äh, hilflos. Vor allem, ich komme halt aber auch nicht mehr zurück, irgendwie. Nope. Ich kann mich nicht so fliegen lassen. Zin hier ärgerlich. Ich muss wahrscheinlich da durch. Die Frage ist nur, wie? Schreien des Wirbels. Ich kann da scheinbar auch irgendwie nach unten. Wahrscheinlich kann ich außen rum. Aber wie komme ich da rein? Ich kannse ein bisschen schreie. Das war's für heute. Hallo? Hier aktiviert sich nichts. Das war's für heute. Das ist dasselbe, wie wenn ich so mach. Da ist nix mit Wirbel. Hallo, Kuschelpanzer. Es muss genau ein... Es muss aber um etwas drum sein. Es kann jetzt nicht einfach so machen, ja? Wie genauer soll der Kreis denn noch sein? Soll ich jetzt mit Pi berechnen, oder was? Also ich könnte dir meinen Granat ja von Ghosts, Raccoon, White Sides auslangen. Ja. Äh, links? Soll ich, muss ich rechts? Danke, Sarah. Okay. Ich hätte einfach nur die andere Taste nehmen müssen. Wieso komme ich denn da jetzt nicht rüber schon wieder? Danke. Danke. Dankeschön, Sarah. Vielen, vielen Dank. Ich hätte wahrscheinlich Jahre noch da gesessen. Ich habe das jetzt auf YouTube nachgeschaut und dachte so, Moment mal. Dankeschön. Oh, was ist das denn? Geht das Ding kaputt? Gar nicht, glaube ich. Ah, doch so. Passiert da was? Wie kriege ich das Ding hier kaputt? Wo ist die Krabbe? Die ist tot. Juhu! Hoppla, kann ja doch ganz easy sein. Wie die schon wieder alle im Discord am Lästern sind, über wen denn? Ach man, selbst die Gegner in dem Spiel sehen süß aus. Die Krabbe ist auch putzig. Ja, aber wundert mich, dass ich sie nicht kaputt machen konnte. Das weiße Starletzebras, Sarah. Erstmal klasse, Sarah. Bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sie nicht die richtige Taste benutzt. Nein! So darfst du nie von ausgehen. Okay. Also. Kaputt machen. Wie mache ich das jetzt kaputt hier? So nicht. So. Oh, warte, wo? Ach, da. Das ist so lustig. Ach, Zähler. Wenn man die im Discord hören würde, die, was? Die das Spiel betrunken im Halbschlaf mal schnell durchspielen. Okay, verstehe. Nur hört auf. Ich hab doch nur. Ihr könnt das also betrunken und im Halbschlaf. Na, das möchte ich sehen. Doch, denn du hast das Tutorial genießt und hoffentlich auch realisiert und die Information aufgenommen und zum Gunsten muss. Ich hab mich halt in der Taste geirrt. Hallo? Hallo? Ich hab mich halt in der Taste geirrt. Kann ich dich benutzen? Ne, scheinbar nicht. Da war aber kein Stein, oder? Aber du gehst doch als Stein, oder nicht? Ah, okay. Geht weg von mir! Wollt ihr denn? Wofür braucht man das Leben? Jetzt hab ich das noch nicht gewahrt. Halt. Schleimsee. Im Rimm schlafen ich... Was hab ich gesagt? Achso, klar, Zähler, das schaffen wir ganz easy im Halbschlaf. Betrunken ist wohl die Voraussetzung. Steht zumindest so in der Spielebeschreibung. Und weg waren sie. Und hier komm ich noch nicht hin, okay? Oh, what? Wie viele? Hallo? Oh, das hat auch funktioniert, lustig. Na komm, geh doch drauf. Was ist mit dir? Oh, dein Bällchen. Was ist passiert? Vielleicht wurde sie auch betrunken verfasst. Wirklich? Ne, warte mal. Ich möchte da noch nicht hoch. Ich möchte hier noch nicht hochgehen. Hm. Muss wohl da hochgehen. Obwohl, warte, ne, war ich da unten schon? Oh, ein Ball. Okay, äh... Wohin damit? Ne, hier auf der anderen Seite... Oh, oh. Okay. Ah, okay, bleib laufen. Gut. Zari, hi! Ich misstrebieren wir zuerst. Oder komme ich so nicht hoch? Wie komme ich da hoch? Vielleicht muss ich gar nicht hoch. Okay. Okay. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Bewegst du dich jetzt? Ah, jetzt. Warte. Jetzt. Okay. So. Oh, da ist schon wieder so ein Stein. Oh, warte mal. Hier waren wir doch, oder nicht? Ich glaube, hier waren wir schon mal. So. Tich nehme ich mit. Warum verbindet Cordy sich mit dem Löwen? Ich verschwinde. Tschüss mit Liebe. Tschüssi, Tiki. Ich bin gefreut, dass du da warst. Fahne. Lame. Boing. Na komm, geh weg. Ich will dich nicht. Guck mal, was wir da haben. Haben wir auch irgendwas, was wir kaputt machen sollen? Ah, ja. Okay, was passiert hier? Und hier? Aha. Ach, da komme ich nicht durch. Oh. Scheinbar schwer genug. Äh, gibt's noch was, was ich einsammeln konnte? Das ist ein Insider, okay. Dann kenne ich den nicht. Ja, so war doch nichts. Ah, okay. Okay, wohin jetzt hiermit? Danke. Ich bin ein bisschen überfragt, wo ich damit hin muss. Da glaube ich nicht. Oh. Oh, okay. So, bin mal was NCIS und meiner Frau gucken. Viel Spaß, Sven. Hat mich gefreut, dass du da warst. Und, äh... Welche Folge? Wegen der Lebensversicherung. Das würde mich nun sorgen. Na ja, Aga. Du Süßer. Ach, da geht's auch weiter. Okay. 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 So. Okay. Okay. Danke. Okay. Dann gehe ich jetzt da lang. Ah, gut, da muss ich sie entpflanzen. Okay. War schön, dich gekannt zu haben. Wenn wir uns alle nicht mehr sehen, dann sagt Bescheid. Wisst ihr Bescheid. Geht klar. Okay. Hä, was? Wo muss das denn jetzt hin? Ich muss da hoch, glaube ich. Okay. Okay. Warum genau habe ich den Stein dann jetzt da oben gebracht? Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Kann ich das auch benutzen? Cool, dann das bleibt mir sogar erhalten. Keine Ahnung, was ich mit dem da jetzt machen muss, aber ich habe ihn einfach mal mitgenommen. Okay. Oh, irgendwie wieder so ein Musikding. Hm. Habe ich vielleicht doch da hochgemusst? Ah, okay. Ich hätte vielleicht doch da hochgemusst. Dann nehme ich jetzt die... Den wieder mit hier. Und gehe wieder darüber. Okay. Ich finde sein Laufen voll süß. Sein Tapsen. Ah, es wächst von allein. Okay. 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 Nein, ich brauche dich. Komm mit. Und wie komme ich da nach oben? Komme ich da überhaupt irgendwie nach oben? Vielleicht später. So, wo ist das Musikding? Da. Ach, nicht ich. Die Steuerung ist ein bisschen umständlich manchmal. Ach, komm schon. Ich brauche dich. Okay. Ah, jetzt kriege ich die von der Pflanze den Samen. Das ist ja natürlich cool. Ich hätte es irgendwie gar nicht mit gerechnet. Äh, wo pflanze ich den denn jetzt an? Der ist gleich von selbst abgehauen. Das ist ja schön. Oh, Sekunde. Habe ich da gar nicht hingemassen? Doch. Guten Tag, werte Zuschauer. Nabe Zähler, Triebein, neue Mod. Prost, erstmal und so. Hallo, Kotzeleut. Und ja. Hast du richtig gesehen. Ah, guck mal eine an. Ich bin der Teppich-Ausroller. Teppich für Kotzeleut ausrollen. Kotzeleut, wie geht es dir? Okay. 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 Das ist ja nett. Das ist ja nett. Das ist uns auch eine Aufgabe, Triebein. Nein! Verdammt. Ich muss hier meinen Forschung ausarbeiten, Kotzeleut. So geht das hier nicht. Oha, ihr habt mich veräppelt. Und hi, Kotzeleut. Wie, wir haben dich veräppelt. Bei was haben wir dich veräppelt? Ach so. Wie lange ein Triebein schon Mod ist. Der ist tatsächlich wirklich erst seit gestern Mod. Feierabend. Also Prost zusammen. Prost, Kotzeleut. Geht es hier in einem Punktekampf? Ja, bei Häschen und Kotzeleut geht es um Punktekampf. Ich habe noch immer kein Angebot von dir, Hase. Ich bin unwürdig, Häschen. No, Gottchen. Was ist hier unten? Und wieso komme ich da nicht hin? Prost, Tata. Ich dachte schon, ich war unaufmerksam an Candy nicht mehr. Doch, doch. Oh, was? Das war gruselig. Versuche Gloves mit einem Wirbel zu fangen. Oh, der hat mir gerade Leben abgezogen. Oh. Der hat mir Leben abgezogen. So ein mieser... Second Memory Chest. Wir sollten nochmal mit Deo sprechen. Warte mal. Warte mal. Ah, das hat leider nicht funktioniert. Okay. Okay. Okay, was genau tut das? Ziehe ich die mir überhaupt Schaden ab? Au. Das sieht so lustig aus. Warum sieht das so lustig aus? Stimmt der jetzt endlich mal? Was ist mit dem? Kann ich ihn dann irgendwie gegen die Wand hauen oder so? Ich bin tot, oder was? Ja. Okay. Na gut. Blödes Etwas. Was ist überhaupt Schmied? Worum geht es und so weiter? Eistee in die Mitte stellen und beobachten, wer es zuerst nimmt. Es ist so eine Art Adventure Jump'n'Run, also gerade die Grafik steckt dir die Bananen in dein Ohr. Eben, vielen lieben Dank für den Loot. Dankeschön. Kotzalot, du spielst eine kleine Person, die nennt sich Toku und du kriegst Hilfe von einem Windgeist, der heißt Imril und musst halt eben, gerade im Moment haben wir die Aufgabe, Kisten zu suchen mit Erinnerungen von einer gewissen Person, weil nämlich, ähm, das Böse, es ist, äh, Balazars, war irgendwie, war irgendwas mit B, ähm, kriegt wieder neue Stärke und wird, umso stärker er wird, umso schlechter ist das für alle, weil Böse ist nicht so gut und so. Klar, klingt voll logisch. Äh, 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 und, äh, den wollen, das wollen wir halt verhindern und deswegen wollen wir das Gedächtnis von dem anderen wieder herholen. Deswegen suchen wir gerade. Überholt mich doch alle. Mir egal, ich muss arbeiten, sonst wäre ich hier ungeschlagen. Immerhin kann ich behaupten, dass ich schon mit am längsten zugucke. Kotzalot vor Queen. Es ist so ein schöner Tag, lalalala. Schleiß dich hinter Kotzalot an und wartet auf die passend gelegenen Kotzalot und Häschen in der Zuschauerzeit zu überholen. Drei Eiszehne in der Chatstand. Schauen wir, wie sie sich mit den Tieren umstreiten. Ach, jetzt bin ich hier. Ah, ja. Nein, geh weg, ich will dich nicht, du machst mir Angst. Kotzalot, ich hoffe, der Monarchenstatus passt hier. Präsident und Kanzler hatten wir schon. Ich seh mich eh als Prinzessin. Prinzessin Kotzalot. Das ist doch schön. Ich bin dann wohl ein wildes Tier und schnappe mir einen Eistee. Kotzalot darf meine Krone ausleihen. Oh, ist aber lieb von dir. Halt, warte, ich kann auch da unten rumgehen. Dass die nicht offen bleiben, nervt ein bisschen. Aber es ist okay. Ich komme damit klar. Das sieht so schön aus, wenn ich hier so rumfahre und alles einmal raschelt. So, wo ist er? Da. Hier habe ich noch etwas für dich, Toku. Damit wird die Reise wie im Flug vergehen. Bin mal fünf Minuten auf, Kara. Geht klar, Sarah? Glückwunsch, du besitzt jetzt das Sprungcape. Ein Sprungcape, okay. Notiz an mich, das nächste Mal etwas anderes in den Chat steckt. Wuhu, und dann mit einem Wrestling-Outfit. Geil. Kotzalot, eine goldene Erbse zum neuen Titel schenkt. Um das Sprungcape zu benutzen, musst du nur einen Sog durch Toku hindurchziehen. Okay. Ich bin hier. Entschuldigung. Hä, wer ist denn da oben? Achso. Ja, natürlich. Wie soll ich das denn auch merken? Wie soll ich das denn merken? Ich höre mich nicht selber. Ah, okay. 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 So, geht weg. Geht weg. Hier auch. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Wo geht's hier hin? Ich und die Cooldowns werden nie Freunde sein. Okay, halt. Jetzt bin ich aber doch... Ach doch, ich bin richtig. Eeeh. Eeeh. Ah. So weit runter wollte ich eigentlich gar nicht. Da ist die Droh. Ich seh sie. Und hier ist nichts, okay? Okay. Feuer. Okay. Okay. Eeeh. Okay, was ist hier oben? Eine Tro... äh, ein... Wie heißt es? Wie heißt es? Wie heißt es? So viele! Wird aber definitiv schwerer mit der Zeit, ne? Na komm! Wieso geht denn das denn? Wieso kann ich denn den... Hallo? Ah, jetzt! Kann ich ihn nicht da drauflegen? Nö... Scheinbar kann ich ihn nicht da drauflegen. Das wäre lustig gewesen. Hat jemand Kaffee übrig? Kaffee zu... Keks! Oh, ich hätte auch voll Bock auf den Keks. Lernkurve im Spiel halt! Jaaaa! Trotzdem... Immer mehr so Viecher. Jaaaa! 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 Jaaa! Jaaaaa! Jaaaaa! Jaaaa! Jaaa! Jaaaa! Bewegt er sich nicht? Funktioniert das? Schade. Das wäre lustig gewesen. Kann ich dich denn mitnehmen und da unten hinlegen? Aua. Geh weg. Hallo, ich hab gesagt, du sollst weggehen. Danke. Okay. Yay. Wie viele Befehle es hier gibt. Viele. Viele. Warum ist Trebian das Lassow eigentlich Mod? Das Lassow. Weil Trebian sehr viel hier ist, mich sehr viel unterstützt. Und ich der Meinung war, er wäre ein guter Mod. Da Vion nicht oft da ist, Zombie und du, Kotzelot, ja da auch nicht immer könnt. Und Häschen ja auch nicht durchgehend da ist. Das habe ich mir gedacht. Warum nicht? Nein. 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 weil da o haften Claire ist. Oh. Das ist auch ein netter Nebeneffekt davon. Das stimmt. Wir sollten nochmal mit Dio sprechen. Aber mir fehlt auch noch ein... Oder nicht? Was ist hier? Da war ich aber... War ich da schon? Wieso kriege ich da jetzt einen Stein? Vielleicht hätte ich den gebraucht. Für nix scheinbar. Sonst hätte ich ihn gebraucht. Dass er konzentrierter klicken kann. Entlastet. Die Leute hier sind doch viel zu brav. Es ist mir schwer, dass ich auch noch, dass die Leute zu brav sind. Ich glaube, ich häng. Soll ich etwa fies sein, Cordy? Ich bin immer da. Okay, kotze Leute. Klar. Nein! Okay, der ist mir lieber. No way. Schon wieder so einer. Au. Scheiße, schon wieder ein Herz verloren. Ich kann den nicht leiden. So. Oh, let the dogs out. Ich habe die Fisch-Oge. Wenn 30 streiten. Ja, nee, wenn 2. Zeigefinger über mir, niederkreisen lass. Soll man denn auch immer da sein, wenn du sogar nächste Woche am Heiligen Vatertag streamst? Unmöglich, solche Termine zu vereinbaren. Am Heiligen Vatertag. Wie kann ich nur? Wie kann ich nur? Wir hören hier der Hammer von Tore. Ja. Schon gut. Ich erinnere mich jetzt. Oh nein. Warte. Falscher Alarm. Ich musste erst noch die letzte Tore finden. Sie befindet sich am höchsten Punkt der Trockenfälle. Kommt zurück. So schnell ihr könnt. Oh. Der hat einen Namen. Ja. Tatsache, der hat einen Namen. Feiertag? Nächste Woche Donnerstag Himmelfahrt ist ein Feiertag. Okay. Ich hoffe, der Stream geht dann mal länger als 10. Wenn. Naja, nee. Wenn ich am nächsten Tag wieder arbeiten muss. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Ich hab noch nicht geguckt, wann Feiertag ist. Ich fahre in den Namen von dem alten Mann immer noch. Deo. Ja, es ist außergewöhnlich. Oh oh. Oh oh. Ich brauch unbedingt so ne Frucht. Oh oh. Oh oh. Voll süß. Oh halt, ich muss nach oben. Wie komm ich nach oben? Ah, ich bin schon nach unten gegangen. Okay, also ich muss hier wieder raus. Bin hier falsch. Oh. Und zweideutig. Vielleicht brauchten die Mitarbeiter ein Deo, als sie den Namen erfunden haben. Möglich. Vielleicht. Komme ich denn da jetzt am besten hoch? Unten drunter. Dazu brauche ich einen Stein. Ohne drauf zu gehen. Ohne drauf zu gehen. Na komm. Zu früh. Zu früh. Zu langsam. Perfekt. Äh, nee Sarah. Das dürfte richtig sein. Aber ich kann nachher noch mal nachschauen, wenn du möchtest. Ich hab das ja nur abgeschrieben. Ah so, wo muss ich jetzt hin? Nach oben? Nach oben. Da lang. Ich gefällt dir überhaupt die neue Arbeit mal abgesehen von der Berufsschule. Mein Auto fährt nicht mehr. Es ist im Moment bei meinen Eltern und ich leih mir das von meiner Mom, weil der irgendwie schon wieder Macken hat. Und die kümmern sich da gerade drum mit dem Werkstatttypen. Ne, toi, es war die falsche Endung. Die aus heißt den Göttern. Okay. Aber die neue Arbeit bzw. die Ausbildung ist echt schön. Gefällt mir sehr gut. Macht Spaß. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier mitmachen soll. Wieso? Wann muss ich denn drücken? Doch jetzt, oder nicht? Nee. Hä? Bin ich jetzt blöd? Jetzt. Okay. Gut. Okay. Aua. Nur noch ein Herz. Nicht so geil. Was? Was? Wie? Was? Kaputt. Siehst du rechtzeitig? Ich... Keine Ahnung. Also ja, der Opel, den ich mir neu gekauft habe, ist im Moment in der Werkstatt wieder, weil der Typ einfach nur unfähig ist, den wir den abgekauft haben. Da kümmern sich jetzt meine Eltern drum herum, im Moment habe ich den Wagen von meiner Mutter. Damit ich halt zur Arbeit und zur Schule komme. Wir sollten nochmal mit Deo sprechen. Ah. Ach. Oh nein. Oh nein, nicht gut. Achso. Ach so. Dein altes Auto war viel schöner. Ja, gebe ich dir recht, Kotzalot. Damit lassen wir das Thema, bitte. Fly like the moon, ich mache Bauzeichner-Ausbildung. Ausbildung als Bauzeichner. Okay. So. Ach, geh weg. Lass mir mein Herz, bitte. Brauch das noch. Oh, was habe ich denn hier? Oh, je. Okay. Na dann, was erzählst du uns jetzt? Enril, Toku, da seid ihr ja. Ich habe euch schon sehnlich erwartet. Es ist ja wohl gut gelaufen. Ich meine, mich an alles zu erinnern. Das ist aber schön, alter Freund. Sag, erinnerst du dich, wo du deine Geisterkraft versteckt hast? Aber ja, ich habe meine Kraft einem edlen Wesen namens Magmok anvertraut. Er ist früher immer ein treuer Wächter gewesen. Er lebt tief in der Erde, weit unter dem Dorf. In der Kammer der Erinnerungen gibt es einen Zugang zu ihm. Schnell, wir müssen ihn vor Balazar und seinen Kreaturen finden. Hm, wie war das doch gleich? Wie ging diese Türe auf? Ach ja, so geht's. Keine Sorge, Magmok ist ein freundliches Wesen. Komm her, Magmok. Ich muss mit dir reden. Das stimmt doch etwas nicht. Lauf, Toku, schnell weg hier. Was ist jetzt los? Viel Erfolg, noch einen schönen Abend euch allen zusammen. Bis dann. Moon, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Schlaf gut und schön, dass du mal wieder da warst und reingeschaut hast. Schau, da drüben. Sieh mal, Toku. Magmok ist voller Glob. Balazars Macht hat der Armkiertür sicher das Hirn vernebelt. Wir müssen ihn aufhalten, Toku. Sonst bringt der Balazar Deus Kraft. Äh. Was muss ich tun? Ah, okay. Oh, was ist nun? Ah, ich konnte es nicht wegmachen. Ah, ich konnte es nicht wegmachen. Was ist nun? Was ist nun? Oh, was ist nun? Was ist nun? Hallo? Geh weg, geh weg. Los! Los! Na, nicht so ganz schlüssig, was ich tun muss. Hallo? Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Bringt das irgendwas? Nee, ne? Ah, okay. Was ist das nur? Nein, nein, nein! Ach, komm schon. Nein! Jetzt hab ich da schon wieder hingeklickt. Na komm. Danke. Was passiert jetzt? Oh, da ist wieder eine Kugel. Hm. Das hab ich noch nicht so ganz los, wann ich das machen muss. Nein, das war's wieder nicht. Warum? Warum? Das ist total seltsam. Manchmal funktioniert's, manchmal nicht. Jetzt. Okay. Na komm. Okay. Oh. Okay. Oh. Wie lange schimpfst du noch? Bis ungefähr 22 Uhr. Fischauge. Oh. Oh, Bunny. Oh, sehr süß. Oh. Hallo Bunny, hi. Der Bot hasst mich anscheinend. Ach, der hasst so manche Leute. Ach, guck mal. Ah, wie süß. Magmog wurde von Balazars Bußheit gereinigt und Deo erhielt seine Kraft zurück. Dann begann man mit Magmogs Hilfe, das Dorf in seiner alten Pracht wieder aufzubauen. Deo verständigte die übrigen Geister, die sich in Mistralis verborgen hielten. Es ließ sie wissen, dass Enri lebte und ihre Hilfe brauchte, um sich aus dem Stein zu befreien. Aber sie waren nicht die einzigen, die Deos Ruf vernahmen. Auch in den tiefsten Schatten hörte ein Geist von dem jungen Helden, der mit dem Wind flog und gegen das Dunkel kämpfte. Ohne zu ahnen, welches Unheil sich da zusammenbaute, erklärte sich Toku mutig bereit, für die Befreiung Enrits zu sorgen. Für die Rückkehr der verlorenen Winde. Fortsetzung folgt. Hai an alle ist leichter. Der kann ja richtig lieb sein, der Stein-Dings. Gute Nacht, Impi, schlaf gut. Schlaf gut, schön, dass du da warst. Als das letzte Mal hier warst du noch kein Mod. Wir haben das Spiel durch. Also das erste. Oh, das war süß. Das ist voll niedlich. Hat mir gefallen. Wie, was? Spiel vorbei? Das ging ja schnell. Das ging schnell. Wir haben um 18 Uhr angefangen, ja? Das sind schon drei Stunden jetzt. Nee, aber stimmt, das ist ein kurzes Spiel, das ja. Aber es gibt mehrere Teile, beziehungsweise glaube ich, den zweiten Teil gibt es schon. Ja, Zeiten wechselnde Spielvergnügen. Unglaublich neue Windkräfte an deinen Fingerspitzen. Wunderschöne visuelle Effekte und Landschaften. Umfangreiche neue Landschaften zu entdecken. Bezaubernde neue Charaktere und eine packende Handlung. Oh, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Das ist sehr, sehr schön. Und Seda, du siehst heute wieder besonders hübsch aus. Oh, Bonnie, das ist lieb von dir. Dankeschön. Gut, das heißt, wir haben es durch. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir das heute durchspielen. Ich dachte, es wäre ein bisschen länger, aber... Okay. Es hat auf jeden Fall was. Es ist wirklich cool. Percussions. Der Sound, also allgemein der Soundtrack, den finde ich super. Die Steuerung ist ein bisschen... Also es ist cool, dass man eigentlich größtenteils mit eben die Mausbewegung steuert. Ich fand es ein bisschen doof, dass man, wenn man diesen Windstoß gemacht hat, immer so viel erwischt hat. Obwohl man eigentlich nur eine Sache erwischen wollte. Das war ein bisschen unpraktisch. Aber ansonsten Steuerung finde ich super. Grafik, hallo. Geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde auch, trotz dessen, dass man nur nach rechts und nach links laufen kann, dass sie auch so in die Tiefe gegangen sind, finde ich voll cool. Ich weiß immer noch nicht, an welches Spiel mich Lost Winds erinnert. Mich hat es vorhin an Hollow Knight ein bisschen erinnert. Aber auch nur, weil man da ja auch so durch die Gegend fliegen kann. Aber ansonsten hat es mich an ein Spiel erinnert, das hat Zombie mal gestreamt. Da waren so verschiedene Charaktere in so einer Höhle und man musste Rätsel lösen. Daran hat es mich auch erinnert. Mann, alles verpasst. Es geht klar, wenn du möchtest, kannst du es dir später nochmal anschauen. Und ansonsten...